Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video von mir und zwar geht es um 2018 und 2019 und zwar hoffe ich dass ihr alle ein tolles 2018 hattet und dass viel passiert ist für mich ist auch viel passiert nicht nur Gutes, auch Schlechtes und ja, und ich werde mit Kraft um 2019 gehen und ich hoffe das tut ihr auch, egal was euch passiert ist und ja und ich wollte einfach mal was zu den Böllern sagen, die jedes mal etwa um 0 Uhr losfliegen und zwar, das ist ein, eigentlich es sieht toll aus und alles, aber Leute, ihr müsst es nicht übertreiben ihr müsst nicht eine Stunde lang diese Böller in die Luft jagen und damit die Vögel und alles erschrecken, es reicht, wenn ihr um 0 eure Böller losfeuert und dann ist alles wieder vorbei weil die Tiere die zum Beispiel in irgendeinen Baum fliegen dann geht der nächste Böller los, die müssen so weit nach oben fliegen, bis da keine Böller mehr sind, also nehmt euch einfach ein Beispiel an bestimmten Märkten ich will jetzt keine Werbung machen oder so weil diese verkaufen nur noch sehr wenig oder fast gar nichts mehr aus Tierschutzgründen und ich finde es, um ehrlich zu sein richtig gut und ihr könnt gerne mit euren Böllern durch die ganze Luft schmeißen ich mag es auch eigentlich so außer wenn die halt so laut sind das macht mir persönlich eigentlich nichts aus aber eben den Tieren und ja Leute ihr könnt mich deswegen ruhig haten aber es ist mir scheißegal und es interessiert mich einfach nicht und wer meiner Meinung ist der gibt ein Video einen Daumen nach oben und nicht weil ich irgendwie likesüchtig bin sondern weil ich einfach nur wissen möchte welche Leute meiner Meinung sind und ja es ist jetzt ähm keine Ahnung wie spät egal und auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr mit Kraft und Freude in 2019 geht egal was passieren wird und es wird auch wieder ein schweres Jahr werden vielleicht es kann nicht immer nur Gutes passieren aber schaut einfach mit Kraft nach vorne und dann wird es schon und ja damit verabschiede ich mich von 2018 und sage Hallo 2019 und ja ihr werdet auch weitere Videos von mir sehen und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und Ciao Ciao